Aber ganz ehrlich, wer hätte nicht auch so gern so eine Fähigkeit? Das ist auch real. Ja, komm, das muss man jetzt nicht überspringen. Ich muss zur Toilette. Ich muss zur Toilette benutzen. Sehr gut, Max. Aber du wirst nicht so leicht weggehen. Wir können noch mehr nach Klasse sprechen. Oh, shit. Jefferson will mich nach Klasse halten. Und ich brauche Zeit, um die Mädchen zu retten. Ein Prozess, der die Porträte einen scharf, reflektiven Stil, wie ein Schild. Jetzt bist du total in der Retro-Zone. Sad face. Jetzt kann ich die Zeit zurückdrehen. Ja, jetzt können wir eben vorspülen. Ja, okay. Taylor war das. Weil Taylor ist nett. Das weiß ich noch. Taylor ist nett. Die andere aber auch. Die andere aber auch. Halt so sehr. Ich muss das machen. So. Entschuldigung. Herr Jefferson, kann ich mit Ihnen sprechen? Ja. Entschuldigung. Nein, Viktoria. Entschuldigung. Ich werde niemals eine der Fotografie verletzten, um die Handlinge zu verletzten. Ich bin nicht verletzend, nur... Bedingt Zeit? Für den elusiven Moment? Genau. Max, nicht zu lange warten. John Lennon hat einmal gesagt, dass Leben ist, was passiert, während du mit anderen Plänen machst. Geh jetzt. Ich lasse dich nicht. Aha. Hä? Achso. Alphabu-Steuerung, achso. Ah. Lol. Ach, das war Blutsteuerung dann. Ah. Ach. 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 Ich bin sicher, dass du heute mit dir endest. Ich habe Vertrauen in dir. Wer weiß wie es geht, du weißt es nicht. Denn du bist blöd. So. Wir müssen sofort ins Bad. Bitte, bitte. Halt umschluss und mich stört zu laufen. Na 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 na. er ist hier noch mal schuliert wo das direktor jetzt müssen wir natürlich geben zu vorkommen das haben wir das letzte mal nicht gespielt so umgesehen ist das jetzt neu so und jetzt so und jetzt ja jawohl 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 Herr Pohl das zeichen finde ich auch noch interessant habe ich nicht eine stimme gehört okay hey do you hear that fire alarm that means you should be outside i had to use the bathroom girls always use that excuse excuse for what for whatever you're up to your face is covered the alarm tripped me out then trip on out of here missy or are you hiding something huh thank you mr madsen the situation is under control there is no emergency here leave miss carfield alone and please turn off that alarm since that's your job ich will nicht mit dir reden ich bin nicht mit dir reden oder wusste ich glaube ich kann aber mit ihm reden you look a little stressed out are you ok I'm just a little worried about my future you're sweating pinballs is that all you're thinking about you can always be up front with me max das ding ist ich weiß ja sowieso was was für auswirkungen haben wird deswegen ja ich bin mal krank gefühl in der wiped ich bin mal krank gefühl ich bin mal krank gefühl ich bin ehrlich ich bin mal krank gefühl ich bin damit ich weiß was da ganz cool ist Stimmt, es sind hier erst drei Wochen. Nein. Ich weiß aber, dass das nichts bringt. Das bringt einfach nichts. Im Verlauf des Spiels. Das ist halt der Unterschied. Das ist doch eine wunderschöne Schule. Diese Stimmung. Blackwell Academy. Also ich bin ja gespannt, welche Aspekte von Life is Strange und vielleicht auch Life is Strange before the Storm. Weil Life is Strange 2 so gesehen da noch mit hinzugefügt werden. So, ich weiß ja was hier ist. Das ist auch noch sehr, sehr interessant. Ich sag so viel, ich werde mich diesmal anders entscheiden als sonst. Madsen, unser Chief of Security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Ich denke ich habe mich nicht mehr. Ich denke, die Kamera könnte helfen, Rachel. Ich kann auch beide Seiten sehen. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless our soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Ms. Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Das weiß ich, dass das konsequent zusammenführt, aber das Ding ist, ähm, dass, 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 meiner Meinung nach die richtige Entscheidung ist. So, da ist die Statue, aber, ah, Warren. Stimmt, wir haben ja jetzt hier wieder Handys, wo wir was vorlesen können, und zwar sehr, sehr viel. So gesehen. Also, wir haben hier eine Menge. Willst du nach dem Unterricht ein Kaffee brauchen eine Ausrede? Nicht zu lernen, bitte. Sieh dir auf jeden Fall Nekromantik auf meinem Stick an. Mwahaha. Mad Max, lass uns Kram in die Luft jagen. Moment. Wir müssen für den Physik-Test befüllen. Wenn wir was in die Luft jagen, muss ich die Bahngeschwindigkeit messen. Ignorieren diese Nachricht. Und dann jetzt, äh, zwei Tage später, IMAX, kannst du mir meinen Stick bringen, brauche Info und Platz. Hallo. Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Seht ihr auf dem Parkplatz? Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit. Bis gleich, hoffentlich. Äh, hier haben wir noch Personen, Direktor, David und Nathan. Beim späteren Zeitpunkt, denke ich, werden wir was vorlesen. Wir haben hier vier Seiten. Ähm, ich werde das auf jeden Fall heute noch vorlesen. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. So, Foto. Jawohl. Oh, hier weiß ich nicht mehr, für das Bild, welcher Trick das ist. Check out the mags. Come to thrash? Äh, oh yeah. Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Äh, jump? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Yo, yo, Justin. Check out the mag. You, yo, I came to nose slide, but I'd love to see somebody do a tray flip. Oh sick, you're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're going to destroy some rails for you. What do you want to see? Oh, ich weiß nicht mehr, was das war. War das jetzt ein Treeflip oder ein Nose Slide? Ich mach mal ein Treeflip, ich weiß es nicht mehr. Let's get Trevor all over that action. Das war das. Jawohl. Wusste ich doch. Aha. Ich wusste es. Ich möchte jetzt hier auch nicht so viel noch machen. Hier könnte ich theoretisch auch zu mir hin. Der würde ein Bild von mir veröffentlichen, aber nein, mach ich nicht. Das haben schon drei Bilder. Ich weiß noch, wo wir das vierte Bild bekommen. Ich weiß gar nicht mehr. Warte mal, das ist Luke. Was steht denn hier? Vortex Club Sucks. Ich weiß gar nicht mehr, also worüber man mit dem spricht, weiß ich noch, aber na, ist egal. Komm. Ich will jetzt auch nicht hier mit jedem reden. Also, es ist blöd, weil das Ding ist, ich kenne natürlich das Spiel. Das heißt, ich weiß, mit wem ich reden, muss, um das Spiel voranzutreiben. Ich weiß noch, mit wem ich reden muss, um vielleicht sonst vielleicht coole Informationen noch zu bekommen. Ja, aber, ja. Ich will jetzt hier das Eichhörnchen zum fotografieren. dann kann man hier mit Kate reden, das bringt aber nicht. Das ist witzig, wartet mal. Oh, lol. Football, Max. Big football. Step away. Step away. Oh, und da sind die, da sind die drei Hexen. Das ist auch noch interessant. Ich weiß, was passiert. Hi, Max. Was are you reading? Love today or die forever. Don't even say anything. Good. It's a bestseller. What to say. Good point. Now if you'll excuse me. Ja, alles gut. Aber, Passiert da nicht was? Okay, anscheinend doch nicht. Mhm. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfiehole of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your wavehipster bullshit. Ah. The Daguerrean process, You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. Dude. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it, right before I post it, all over social media's. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh yes, Victoria. I'll get your boney ass out of my way. Mhm. I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. All the Samuel. What the hell? Are you kidding? Look at this. Chill, Victoria. It's just water. Yeah. Water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit cost? You look great. I can't even chill on the steps. Cool. Was? Äh, lol. War das jetzt echt mal so einfach? Oder? Hä? Wait. Kann ich da jetzt vorbei? Nee? Okay, ich muss das doch machen. Okay. Ja, toll. Das heißt, das hat ja den Leuten doch nichts gebracht. Oh nein. Okay, let's see if this works. Hallo Samuel. Da-dum-da-dum. Aber das finde ich jetzt... Boah, ich weiß nicht, funktioniert. Kann ich alle drei lassen? Nee, warte mal. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf benutzen. Ich will jetzt mal beides machen. What the hell? Are you kidding? Das habe ich noch nie gemacht. Sag nicht, das verhindert jetzt das... What? Das Szenario hatte ich jetzt noch nie. Muss ich zugeben, das hatte ich wirklich noch nie. Hä? Ah, doch! Bitschees. Es gibt ein Lied, das heißt Bitschees und das Lied ist mega awesome. Sprechen, das ist mega cool. Ich habe es. Ich habe es. Ich habe es. Aber, Ich habe es. Vielen Dank.